Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer 4heeson80 mit der Kalenderwoche Nummer 32 von meinem Filmtagebuch und ich hoffe euch geht es allen gut und habt die letzte Woche gut überstanden und ja bei mir ist jetzt schon die zweite Woche rum von meinem Urlaub. Ich könnte heulen, diese drei Wochen vergehen wie im Fluge und auch letzte Woche haben wir auch extrem viel unternommen immer wieder und ja trotz alldem ein paar Filme haben wir uns reingezogen, so viele war es eigentlich gar nicht, aber dafür eine erreichende Woche. Wir fangen an mit dem 9. August, denn da habe ich mir den Film angeguckt, Pakt der Wölfe, vorher war ich aber noch im Fitnessstudio, drei Stunden und auch in der Saun noch gewesen, also insgesamt natürlich entspannt und dann war ich abends echt im Eimer. Und irgendwie, dort an dem, wo ich Pakt der Wölfe angucke, ein Film von dem guten Christophel Gans, der auch sein Teil gemacht hat und bin einfach mal komplett bei diesem Film eingeschlafen. Deswegen am nächsten Tag habe ich den letzten Rest noch gar wiederholt und hier geht es eben um die Bestie von Chervondor, das eben 18. Jahrhundert passiert ist. Hier geht es eben um eine Bestie, die halt eben 100 Menschen dahin gerafft hat und diese beiden hier vorne müssen eben, Ermittler müssen herausfinden, wer halt eben die Bestie ist und sie auch erlegen. Ob das alles so hindert oder nicht, das erfahren wir in diesem Film. Der Film ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant, geht 150 Minuten in Directors Cut und diese habe ich mir auch angesehen, es gibt noch die normale Kilo-Fassung, die geht sieben Minuten kürzer. Aber der Film ist ein schöner Fantasy-Horror-Mix, kann man sagen, aber obwohl ich eigentlich recht lange Filme mag, hat diese für mich ein paar Längen, muss man gestehen, weil sonst würde ich nicht auch sofort einschlagen. Okay, ich war wirklich im Arsch. Aber trotz alledem der Film, der Schluss vor allem, hat mich auf jeden Fall schon mal sehr begeistert und habe mich über diese Bestie auch mal ein bisschen informiert, über Wikipedia, also hier erfährt man noch ein bisschen mehr noch darüber und der Film bekommt von mir 8 von 10 Punkte. Viele finden ihn langweilig, ja, hat seine Längen auf jeden Fall, aber das ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. So, am 10. August war meine liebe Frau mit ihren Eltern dann in ihrer Heimatstadt und haben dann die Wohnung ihrer verstorbenen Oma ausgeräumt und ich war dann mit meiner lieben Maus namens Emma unterwegs und habe da ein bisschen einen Ausflug gemacht, nämlich in der Umgebung gibt es nämlich hier einen ausgenommenen Vulkan, wenn es der raue Kulm in Weiden ist, der in Richtung Weiden muss man fahren. Und ich liebe gerne die Uhrzeit, Dinosaurier, so ich komme, Emmerchen, wir fahren jetzt mal zu einem Vulkan, der erloschen ist. Ein Vulkan, da ist noch Lava und alles, aber kann ich auch Lava sein, du kannst so viel Lava sein, jetzt sag mal, wie du willst das, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Also haben wir hochgelaufen, waren auch gut dabei, also haben wir ungefähr eineinhalb Stunden gebraucht, war auch gut zu Fußball gelernt, haben wir auch Hunger gehabt, kann man trinken essen, aber wir haben ja Zeit gehabt, war ja so schlimm, hochgelaufen, dann waren wir oben auf der Plattform, da war es sehr windig, wird runtergelaufen und dann noch zu dem kleinen Kulm gegangen, es war ja auch eine kleine Aussichtsplattform, aber da hatte ich ein bisschen Angst um uns beide, denn da sind wir dann geheißen, ja Achtung, Abschutzgefahr und hier ging es wirklich, also an dem Weg ging es ja wirklich richtig steil runter und dann sag ich, okay, komm, ich halte dich mit beiden Händen fest, dass mir nichts passiert. Da war oben so ein Bergkreuz, sag ich, Emma, du stellst dich jetzt da hinten, wir machen ein Foto und das war es dann und du bleibst stehen und bewegst dich keinen Millimeter. Ja, haben wir es dann gemacht, hat auch wunderbar, wir sind alle wieder heruntergekommen, wie ihr seht und ja, war wie bei einem wunderschönen Ausflug mit ihr und dann wollten wir noch Eis essen gehen und dachte mir, ach, irgendwie, jetzt zieht es hier zu, schauen wir, ob die Olchis noch laufen und die Olchis, ja, interessieren mich ja selbst im Kino, aber Olchis war ein komplett ausverkauft, durch die ganze Hygienemaßnahmen, war es ringsherum um jeden besetzten Platz, hat eben schon wieder belegt, beziehungsweise halt eben gesperrt worden und dann sagt sie immer zu mir, Papa, geh mir wohl ins Kino, naja, eigentlich jetzt nicht, eigentlich wollte ich mit ihr jetzt Eis essen gehen, Papa, bitte, schau mal, es tut eh gleich anfangen zu regnen, Ab und zu kann ich meinem lieben Kind auch nichts abschlagen und, okay, komm, dann machen wir es halt so, geh mal nochmal ins Spirit, frei und ungezähmt, du hast diese Firma so gemocht und du wolltest jetzt, wenn ich mir nochmal mit meiner Mama ins Kino gehen, kann ich auch mit dir reingehen, ja, natürlich, Papa, wir gehen im Spirit, ja, der ist so schön, Papa, der ist, der wird dir auch so gefallen, der Papa, der ist so schön, jetzt blende ich mal ein Bild ein, wie ihr meinen Gesichtsausdruck seht und hier von meiner kleinen Maus, die natürlich extrem gut drauf ist, ja, Firma angeguckt, geht 86 Minuten, mein Kind war natürlich total begeistert davon, ich muss gestehen, ich ziehe wirklich diesen alten Film von 2005 vor, einfach erstmal, weil es gezeigt worden ist, durch die Musik von Brian Adams, einfach wunderschön, allein schon der Anfang von diesem Film von dem 2005er ist einfach überragend und hier haben wir wirklich jetzt sehr viel Animationsfilm oder wirklich auch mehr für die Kinder gedacht, dieser ganze Film, ums Reiten, um Gefühle, naja, er ist auch jetzt so schlecht, wie ich eigentlich gedacht habe, das Film bekommt von mir 7 von 10 Punkten, das Spiel spielt ja auch im wilden Westen, kann man sagen und von daher kann man sich den Film auf jeden Fall schon mal angucken. Dann habe ich gekauft, habe also noch Eis essen gegangen natürlich noch und dann sind wir dann wieder heimgefahren, habe eigentlich gekauft, okay, ich darf mein Kind ins Bett bringen, aber dann war meine Frau schon zu Hause, denn seitdem meine Frau jetzt zu Hause ist und krankgeschrieben ist mit ihren Knien, naja, ist es halt nun mal, an der Mama hängt halt immer an der Mama, und ich liebe es eigentlich, mein Kind ins Bett zu bringen, einfach mit ihm nochmal zu kuscheln und einfach nochmal den Tag rüber sind, aber sie will einfach ums Verrecken nicht und das macht mir einfach wahnsinnig. Aber gut, dann dachte ich mir, okay, Kind und Frau schlafen, dann ziehe ich jetzt mal in eine neue Filmreihe rein und zwar, ja, diese beiden Filme habe ich mir jetzt vorgezogen und ich wollte einfach den anderen Film angucken, aber auch die können natürlich dazu, nämlich Mortal Kombat aus 1995 und 1997 und zwar erst dann Mortal Kombat und dann Mortal Kombat Anulation, ich hoffe, ich spreche dann richtig aus, aus 1997, der erste Teil geht 101 Minuten und der zweite Teil geht 95 Minuten. Und ja, was sollte ich zu diesen Filmen sagen? Ich sage nämlich nicht viel, denn davon gibt es auch demnächst auch ein Filmreihenvideo für euch und ob mir diese Filme so gut gefallen, das erfahrt ihr in diesem nächsten Video und ich habe eben diese beiden Filme angeguckt, einfach nur um einen einzigen Grund nochmal, um eben diesen hier anzugucken. Aber bevor ich dann geguckt habe, waren wir ja noch dann am 12. August dann noch in der Therme Erding, ja, sind um halb sechs losgefahren, waren um halb neun unten und dann gleich in die Therme rein und dann von um halb neun bis um zehn Uhr, also so um 22 Uhr in der Therme gewesen, Wellenbad, Benete Rutsche gerutscht besser auf eine und auch wirklich Außenbereich und es war einfach ein wunderschöner Tag, mein Kind, Papa, es war ein Medaillentag, also besser als ein Goldtag, ein Medaillentag, ja, und sie war den kompletten Tag im Wasser, wirklich Wellenbad, 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 hier kann man wirklich von einem Wellenbad mal sprechen, hier haben wir wirklich 50 Minuten Wellen, mega geil, ich liebe auch Wellen, Rutschen, extrem geile Rutschen sind hier mit dabei gewesen und vor allem, ich habe wirklich alles gemacht, bis auf die eine, ich habe auch den Kamikaze, diesen, ja, wie der Turboblitz hier in Nürnberg auch ist, den mag ich eigentlich überhaupt nicht und dann gibt es noch einen, diesen Extreme Laser und dann bin ich alles gefahren, weil nachdem ich den Kamikaze gefahren bin, dachte ich, okay, das ist nicht mehr für mich, denn ich habe einfach Angst, dass ich mir auch irgendwie weh tue und da der ganze Tag eigentlich so gut war, dachte ich mir, nö, muss es nicht sein, beim nächsten Mal vielleicht und deswegen habe ich den auch einfach mal weggelassen, so, um 22 Uhr sind wir dann eben daheim gefahren, Emma war dann gleich irgendwie mal kaputt, also die hat nicht mehr reagiert, die war im Bett, im Kindersitz gesessen und die war komplett erledigt, bis zum Heimfahren, ich habe mir eben dann ein, zwei Corvino-Bit reingeworfen und ein Cola-Siro getrunken, ja, danach war ich auch noch fit, kann man sich ja vielleicht vorstellen, ne, und dann waren wir um kurz vor halb eins wieder zu Hause, Kind ins Bett gepackt, Frau ins Bett gepackt und ich habe mir dann noch den nächsten Film angeguckt, nämlich Mortal Kombat aus dem Jahre 2021 und ich wollte mir erst mal eben diese Film angucken, bevor ich eben mit dem anderen weitermache und habe mir eben diese Film eingelegt, Mortal Kombat von 2021 und viele sagen, der Film ist extrem schlecht und auch dieser Film wird auch mit in dem Filmreihenvideo mit besprochen, also keine Sorge, ihr bekommt alle drei hier von mir besprochen mit Neuroinformationen und natürlich auch meine persönliche Meinung über diese drei Filme und wie mir diese Filme gefallen, da guckt ihr dann mal an, so, und mein liebes Kind hat dann bis um halb elf dann geschlafen, und dann, also sehen wir wirklich komplett im Eimer, wir haben es endlich geschafft, jawohl, jetzt endlich sind wir müde, zwölf Stunden Terme, dann schläft unser Kind sehr gut ein, und auch lange, so, okay, soviel da, und am 14. dann, am 14. äh, 14. war der Freitag, genau, genau, da, nee, Quatsch, der 13., der 13. war das, bin ich jetzt bescheuert, der 13., ja, Freitag, der 13., natürlich, Freitag, der 13., ja, aber ganz ehrlich, mir ist eigentlich diese Freitag, der 13. ist eigentlich komplett wurscht, ne, denn da war ich nämlich, dann haben wir nämlich unser Kind, nämlich zur Oma geschafft, ja, denn die liebe Emma macht nämlich Urlaub bei der Oma, was das auch ganz gut getan hat, denn wir wollten am Freitag nämlich dann mit der Palen von Emma wieder noch ein, ja, ein wenig was trinken gehen, und dann habe ich die beiden überrascht und sind nach Nürnberg gefahren, hier bin ich überlegen, an dem Kadaver, und waren da im, äh, ne, Chong's Restaurant, äh, Burger essen, leider war der Service nicht ganz so gut, und dann wollte ich eigentlich mit ihm noch irgendwie halt doch ein bisschen in die Disco gehen, aber dann ging es aber dann ins Hardrock Café, oder Hardrock Kneipe namens Brown Sugar, und da der Kellner Mario war da dabei, und der war wirklich gut dabei, beim Einschenken hat extrem viel Spaß gemacht, ich war natürlich nüchtern, weil ich musste ja noch heimfahren, aber irgendwie, ja, hat er immer wieder nachgeschenkt, der gute Mann, und dann waren meine beiden Mädels ein bisschen, ja, out of order. Ich habe sie nach Hause gebracht, also ungefähr eineinhalb Stunden sind wir bis zum Auto gelaufen, war sehr anstrengend, viele der Männer, wo mich ja entgegengekommen sind, waren natürlich begeistert, oh, guck mal, er hat zwei Frauen in Armen, ja, natürlich war das Schönes, klar, ne, aber irgendwie auch nicht, denn alle beiden waren immer ganz so auf der Höhe. So, dann am Samstag, also da haben wir noch keine Filme geguckt, weil und was natürlich schon sehr schwierig gekommen sind, und am Samstag wollen die beiden Mädels wieder Cocktails denken, ihr könnt ja gerne machen, meine Frau hat gesagt, ne, heute gibt es kein Alkohol für mich, ich kling bloß noch alkoholfreie Sachen. Aber ich übernachbeite bei ihr, soll ich, kannst du machen, mach ruhig, darfst du gerne tun, und dann sind wie sie eben, Ich war dann drei Stunden im Fitnessstudio mit Sauna und alles um und dran. Und dann bin ich entspannt, also alles entspannt, so soll es auch sein im Urlaub. Und dann war eben meine Frau weg und ich habe mir dann was zu essen gekocht. Und dann fing ich eine weitere Filmreihe an, nämlich die Vengeance Trilogie von dem guten Park Chan-Wook. Und ich kannte eigentlich nur den Film Oldboy, den fand ich schon extra, ist ja auch ein mega geiler Film. Aber ich arbeite erst mal hier mit, angefangen mit Sympathie vor Mr. Vengeance aus dem Jahre 2002 ist dieser Film. Und was für ein harter Tobak. Dann ging es wieder mit Oldboy, den kannte ich ja schon. Und wollte eigentlich auch den dritten Jahr angucken abends noch, aber ich war dann so komplett im Eimer. Da dachte ich mir, okay, ne, ich will diesen Film wirklich genießen können, denn die ersten beiden, diese drei Teile sind einfach wirklich mega Filme gewesen. Deswegen gehe ich erstmal ins Bett. Aber vorher war ich nochmal kurz ein bisschen spazieren, habe mir den Sternheim noch angeguckt, denn ein wunderschöner Sternheim haben wir gehabt. Und dann bin ich um halb zwei ins Bett. Und am nächsten Tag, dann haben wir schon den letzten Tag gegeben, und zwar Lady Vengeance. Und eben hier alle drei Filme hier auf einmal von der Vengeance-Dilogie. Und auch davon kommt auch ein Filmreihen-Video. Wann aber genau, wenn ich nichts sage, einfach aus dem Grund, ich will mir die kompletten Mediabooks-Kommenter noch durchlesen, Infos sammeln. Und dann gibt es noch dazu, zu diesen drei Filmen ebenfalls ein Filmreihen-Video. Und dann noch am 15., also gestern, dieser Lady Vengeance war vormittags dran. Und dann war ich soweit, nur noch vier Filme auf meiner Watchlist. Und dieser eine Film habe ich jetzt schon recht lange zu Hause liegen, in einem Mediabook, das ich euch erst präsentieren darf, wenn ich die Freigabe bekomme. Aber den Film kann ich ja schon mal angucken. Und habe dazu auch ein Woch-Hease-Shot-Ange dazu gemacht. Es handelt sich um den Film Der Tanz des Drachen. Was demnächst von Nebennismen erscheinen wird. Hier das Pressexemplar. Und ja. Wann das Unboxing-Video dazu kommt, weiß ich nicht. Ich habe noch keine Info bekommen, wann ich es euch präsentieren darf. Aber wenn das kommen sollte, das Unboxing-Video, gibt es auch gleich noch im Anschluss dazu noch das Woch-Hease-Shot-An-Video. Da gibt es Informationen über das Booklet, Informationen über den Film oder ja noch meine persönliche Meinung zu einem Marshall-Arts-Film. Und ihr wisst ja, ich bin kein großer Freund von den Marshall-Arts-Filmen. Aber vielleicht werde ich bei diesem Film eines Besseren belehrt. Und ja, das war meine Film-Reihe, Film-Tagebuch der Kalender Nummer 32. Jetzt habe ich noch drei Filme noch übrig. Drei Filme? Drei Filme. Drei Filme noch in meiner Watchlist. Und dann ist die Watchlist mit abgeschlossen. Und dann nur noch Filmreihen-Videos. Aber diese Filmreihe habe ich meist schon alles schon gesehen. Und das ist auch nur eine Auflösung für mich, was ich euch alles auch mal angucken möchte mit euch und das auch besprechen möchte. So. Aber nicht nur das. Am 15. Dann kam man lieber vorher wieder nach Hause. Und dann sind wir dann noch abends noch ein Stück essen gegangen. Und sind dann noch in den Film Free Guy gegangen. Im Kino. Ich habe diesen Trailer schon gesehen. Bei mehreren anderen Filmen schon, wo ich im Kino war. und war jetzt schon hin und weg von diesem Trailer. Und da gehen wir jetzt rein. Die Aussage war Suicide Squad oder eben Free Guy. Aber, seh mal, komm, wir gehen in den Film rein, wo wir beinig kennen. Von daher ist es auch in Ordnung. Und ja, ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Ein schöner, durchgeknallter, actionreicher Spaßfilm mit Ryan Reynolds in Hauptrolle. Um was geht es hier? Ja, hier geht es um den guten Blue Guy. Der ein Banker ist und ein tristes Leben führt. Doch plötzlich taucht eine Person auf mit einer Sonnenbrille, die das ganze Leben von ihm umkrempelt. Und dann beginnt eine Reise durch Magie und Fantasie. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Geh in den Film rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir waren gerade mal zu Fürth im Kino. Sehr, sehr schade bei diesem Film. Wirklich sehr, sehr schade. Ich hoffe mal, es geht noch mehr in den Film rein, damit es auch kein großer Flop wird. Aber dieser Film hat mir wirklich sehr gut gefallen und ist genau mein Geschmack gewesen. Als Nerd, als Gamer hatten wir hier auf jeden Fall extrem viel Spaß bei diesem Film. Bekommen wir mit 9 von 10 Punkte. Und ja, das waren nun meine Filme der Klienterwahl Nummer 32. Welche Filme habt ihr euch alle angeguckt? Schreibt es in den Kommentar rein. Und dann sehen wir uns dann demnächst bald wieder. Bleib wieder gesund. Bis dann. Tschüss mit Ö. Und Beep. Untertitelung des ZDF für funk, 2017